Hallo, in diesem Video nur eine Empfehlung. Wir haben hier ein recht neu aufgesetztes Ubuntu 10.04 und aufgrund der rechtlichen Situation, unter der die Ubuntu-Software verteilt wird, kann bestimmte Software nicht mit ausgeliefert werden, jedenfalls nicht auf der CD, von der aus Sie Ubuntu wahrscheinlich installiert haben. Deswegen wird zum Beispiel das installierte Ubuntu so nicht mit Flash-Dateien umgehen können oder es kann kein Java, jede Menge Video- und Audio-Kodex, die fehlen noch, sowie einige Schriftarten und vieles anderes mehr. Das alles fehlt noch. Na klar, wir können warten, bis wir zum Beispiel mit dem Firefox auf YouTube vorbeischauen und dann sehen wir hier, okay, kein Flash-Player installiert, deswegen kannst du das Video nicht schauen. Wenn ich jetzt hier nochmal auf die einzelne Videoseite klicke, dann wird mir das hier wenigstens vorgeschlagen, aber dann fehlen mir immer noch die ganzen anderen Sachen. Insoweit hier also unsere Empfehlung für das Paket, das als erstes auf jedem Ubuntu-Rechner installiert werden sollte. Schon alleine, damit wir uns die Installation der über 60 einzelnen Pakete nacheinander sparen. Hier also vorab, jetzt nochmal kurz vorher, nachher, also hier, Flash kann nicht gestartet werden, also beende ich ganz kurz den Webbrowser, gehe jetzt auf System, Systemverwaltung und rufe die Synaptic-Paketverwaltung auf. Passwort kurz eingegeben. So, in der Schnellsuche suchen wir nach Restricted. Und sollten dann mehrere Restricted Extras finden und je nachdem, welche Ubuntu-Version Sie haben, wählen Sie halt das entsprechende Paket aus. In diesem Fall jetzt hier Ubuntu-Restricted Extras. Hier sehen wir das Ganze, was jetzt noch nachinstalliert wird. Unter anderem die Möglichkeit, DVDs abzuspielen. So, wenn Sie Xubuntu haben, dann nehmen Sie das Paket da drüber oder bei Qbuntu eben dieses hier. So, nachdem wir das ausgewählt haben, hier steht nochmal ganz kurz, was wird installiert. Am Ende auf Anwenden klicken. Hier 70 Pakete sind es, die jetzt installiert werden. So, Installation abgeschlossen, starten wir nochmal unseren Firefox. Den schicken wir direkt zu YouTube auf das Video. So, und jetzt läuft es direkt ab. Wie gesagt, wurden auch einige Schriftarten installiert. Die sogenannten Microsoft Core Fonds, die stehen Ihnen unter anderem jetzt in Open Office zur Verfügung, ist ja recht wichtig für Windows-Umsteiger, damit die Briefe, die Sie früher unter Windows geschrieben haben, unter Ubuntu genauso aussehen. Also, das ist unserer Meinung nach die wesentlich clevere Variante, als die jeweiligen Pakete, wie zum Beispiel Flash, einzeln zu installieren. Okay. Wie gesagt, 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 wie gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020